Ob im Online-Banking-Portal kommerzbank.de oder mobil per Banking-App, für jede Auftragsbestätigung benötigen Sie die sogenannte Transaktionsnummer, kurz TAN. Mit dem Fototan-Verfahren bietet die Commerzbank eine moderne und sichere Methode, einfach und schnell Aufträge freizugeben. Lästige, papierhafte TAN-Listen gehören der Vergangenheit an. Durch die Aktivierung der kostenlosen Fototan-App auf Ihrem Smartphone haben Sie Ihren persönlichen TAN-Generator stets zur Hand. Nach Eingabe einer Überweisung erscheint auf dem Monitor eine mosaikartige, bunte Grafik. Sie scannen diese mit der Fototan-App ein. Sofort wird Ihnen eine TAN angezeigt. Zur Kontrolle sehen Sie zusätzlich hier nochmal die wesentlichen Angaben Ihres Auftrags. Ist alles richtig, geben Sie die TAN einfach am Computer ein und der Auftrag wird damit bestätigt. Blitzschnell, kinderleicht und im Gegensatz zu den alten TAN-Listen sogar mit der Commerzbank Sicherheitsgarantie. Übrigens, auf Ihrem Smartphone können Sie Überweisungen noch schneller und einfacher durchführen als am Computer. Nutzen Sie dafür die kostenlose Banking-App der Commerzbank. In Verbindung mit der Fototan-App entfällt das Scannen der Grafik. Durch eine ausgeklügelte Technik sind die Apps direkt miteinander gekoppelt. Und natürlich gilt auch hier die Commerzbank Sicherheitsgarantie. Aktivieren Sie das Fototan-Verfahren direkt über Commerzbank.de slash TAN und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen.